Es soll mehr als ein Abkommen sein, das Vertreter der EU und Japans vor etwa einer Stunde in Tokio unterschrieben haben. Jeftar sei die größte bilaterale Handelspartnerschaft, die jemals von ihnen ausgehandelt wurde, so sagen es die Europäer selbst. Es soll auch ein Zeichen gegen den Protektionismus sein und es ist nicht unumstritten. Es ist ein Handelsabkommen der Superlative, was die Spitzen der EU und Japans in Tokio unterschreiben. Fünf Jahre Verhandlungen münden nun in einem Vertrag, der der Welt zeigen soll, es geht noch was in Sachen Freihandel. Die heutige Unterschrift unter das EU-Japan-Abkommen ist ein Meilenstein für den Welthandel. Es bringt Volkswirtschaften zusammen, die gemeinsam ein Drittel der gesamten Weltwirtschaft ausmachen und in denen über 600 Millionen Menschen zu Hause sind. Das Abkommen macht einfach Sinn. Durch das Jephtar genannte EU-Japan-Abkommen werden 99 Prozent aller Zölle wegfallen. Die EU rechnet dadurch mit Einsparungen von einer Milliarde Euro. Jephtar sorgt auch für den Schutz geografischer Bezeichnungen wie Parmakäse. Vor allem auf Produkte wie Milch, Fleisch und Wein aus Europa sollen künftig Zölle entfallen. Im Gegenzug auf japanische Autos, die in die EU exportiert werden. Kritiker bemängeln fehlende Transparenz, sinkende Umweltstandards und warnen, dass die Wasservorsorgung in private Hände gelangen könnte, wie in Japan üblich. Das Abkommen soll auch an ihn eine Botschaft senden. Donald Trump, den Gegner aller Handelsabkommen. Dies ist ein Akt von größter strategischer Bedeutung für den regelbasierten Welthandel, in Zeiten, wo ihn manche infrage stellen. Wir schicken die klare Botschaft, dass wir zusammenstehen gegen den Protektionismus. Nur das EU-Parlament muss nun noch zustimmen. 2019 könnte das Abkommen dann in Kraft treten.